So, wir machen jetzt ein zweites ME-Termin, dass wir die Query gleich mit einem ME verbinden können. Mit einem internen ME, oder? Richtig, das heißt, wir brauchen ein Interface. Also dann... Dann baut ihr das. Ja, machen wir ja auch. Hälfte Sache. Warte, halbes ME. Jetzt realisiere ich erst, dass ich die falsche Taste gedrückt habe vorhin. Boah. Ne? Ne, ich habe vorhin die falsche Taste gedrückt. Dann fangen wir mal schon um zum Crafteln an. Also die Hälfte... Ne? Äh... ME hast du gesagt, was brauchen wir? ME... Access Terminal? Äh, ja, okay. Das braucht man nur optional. Brauchen wir das, äh, der Bildschirm? Ja, den Bildschirm ist der ME-Access Terminal, den brauchen wir. Dann den ME-Drive. Und so, jetzt habe ich was vergessen, glaube ich, mal wieder. Oh ja, kommt jetzt. Das ist Leica Brutus im E-Controller, natürlich. So, dann mach ich mal die Drive. Okay. Wie viel brauchen wir? Eine? Eine nehme ich Drive und dann nehme ich Access Terminal. Ja, das kannst du tun machen. Ja, ja, bin ich gerade dabei. Äh, hast du das ganze Eisen raus oder wo ist das ganze Eisen hin? Das ganze Eisen bin jetzt dumm, oder? Nein. Wer hat das ganze Eisen rausgeklaut, da? Oh, Glas? Wer hat aus dem ganzen Glas Glas Scheiben gemacht? Wer war das so schlau? Ne, ich nicht. Ja, ich sag ja schlau und nicht. Intelligent. Gut aussehend. Ja. So, jetzt haben wir wieder eine crafting Folge. Crafting, crafting. Bist du denn überhaupt bei dir da oben, oder was? Jupp. Warum? Oh, ich muss keine Katze, was da oben schön ist. Halt. Oh, mio, dann brauche ich ein ME-Kabel nach. Ich brauche Redstone. Was wollte ich jetzt machen? Was wollte ich jetzt machen für ein ME-Ding? Was habe ich gesagt? Achso, da, die Chests, ja. Chests in die Mitte, heißen oben und unten. Nachdem mein ganzes, mein PC-Grad die ganze Bibo-Babo-Bub macht. So, ich hab da ME-Kreif. Aha. Du mal in die Rohstoffkiste rein, ja. Ich bin voll beladen hier. Ich hab mir benutzt, ich hab mir aber nicht mit Müll an. Nein. Ja, ich hab mir Müll an, aber ich weiß die nirgendswo rein. Ich bin nur hier, um was abzuholen. Ähm... Oh, nee, jetzt müssen wir... Ah, nein, belachst. Das wollte ich ja haben. Ja, wie, wo, was? Ich hab ein Redstone. Redstone dürften wir auch haben. Da brauchen wir Ex-Bus im Bus. Ex-Bus, Ex-Bus? Bus, Bus. Ex-Bus-Fahrer. Ex-Bus. Ex-Bus. Okay, wie macht man das Ding? Okay, das kann ich herstellen. Okay, das heißt, ich brauch das Ding. Ich brauch Quarz. und da endet auch schon wieder bei quarts wo er hat man das ist ja auch ich hab's überlegt genau wie du sie abgestützt aber wo ich jetzt hast du es gerade gesehen Josh ich bin gerade wie du abgestützt also ich mache heute ME aktiv terminal ja kann's machen mach ich aber mach das was auch sonst gibt es ja noch mit dem totalen Krieg was ja hier ist ja wirklich fast jede Kiste voll ey ja nein ich war am falschen crafting table hast du das ganze redstone mitgenommen oder was nein nein wie kann ich das ganze redstone mitnehmen ja wo heißt man wie kannst du nur das das da da einmal wir machen diese ME Kabel ähm wie macht man die da musst du weil da brauchst du so ein quarts weiber und das machst du aus quarts dust mit und mit glas klar aus dem quarts weiber kannst du normal mit äh mit zwei redstone an einem E-Kabel machen dann brauch ich schon mehr okay aber wir haben noch ne doch wir haben noch glas da brauchen wir redstone noch glas brauche ich doch noch hab ich so wie hat er es gesagt das da rein muss das da rein geht nicht also sechs glas also ne ne praktisch oben und unten sechs praktisch die glas ne ah ok und in der Mitte der quarts das dann kommen ein paar quarts weiber raus du brauchst ja auch noch weiche gell ja wir brauchen jetzt schon früher oder später jetzt eh ganz viel ok kümmer mich dann schon mal für die festplatten dann da so und äh wie mach ich daraus jetzt im E-Kabel mit optifine ja schien ja ja was was mh er sagt doch so sehr unpraktisch da ist mein Mikro sich automatisch leer ähm das ist ja immer von Thema ablenken wie machen wir jetzt ein E-Kabel draus aus den Dinger ähm zwei redstone noch dazulegen ach so also auseinander ah ok ich komme mich dann schon mal um die netten Prozessoren also 23 Kabel haben wir jetzt immer so das heißt das Ding muss dahin da na äh äh könnte ihr noch vielleicht noch nein zwei redstone engines mir hinstellen oder vier ähm überhaupt redstone engines und äh und äh wunden transportpipes bräuchte ich auch noch ein paar weißt du können wir noch redstone engines die würden mir auch reichen und äh zwei wunden transportpipes äh äh wenn äh wenn du das äh so sagst hat der Yoshi jemals gesund wird er sein Husten irgendwann loswerden? wir wissen es nicht oh darf ich dir gut brennen? das wussten wir schon vorher ähm wie heißen die? heute zu David stürzt da warum? also dein Chapik war leer komm es ist schon wieder leer ich hab das weh geladen hahaha da macht's einfach mal blumpst und damit liegt den Zeug hahaha willst du da transporten? alter ich habe jetzt jetzt ME Terminal und ME Drive ja dem E-Controller den machst du ja hast du das gesagt so das ja da bin ich auch grad dabei ja also dann mach mal wenn ich nicht immer wieder das vergessen würde was eigentlich dafür wichtig ist ja das was bei uns da ein Ofen ist äh ja die das ist dann für die Festplatten die Festplatten musst du auch machen ja was für Festplatten brauchen wir denn? 16k zwei Stück wie viel? 3 16k Platten 3 16k Platten ok oh schön dass wir oh ja wieso haben wir jetzt alles zusammengefügt hier? oh das sieht ja klasse aus hier hinten endlich kann man wieder hier lang gehen und wir machen gar kein Minus ja das ist so das lustige an der ganzen Geschichte ah da können wir kurz schlafen ja das ist ja dann auch gleich das Ende ja also immer Tag und Nacht Zyklus ja wahrscheinlich dann so dann schnell David dein blaues Ding ist ein Weg aus dieser liegenden Position möchte ich dir jetzt schon mal sagen auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal Ciao